Einen ganz wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück zum Deep Learning Studio, natürlich in Kooperation mit der Fresenius Hochschule. Wenn ihr mehr wissen wollt oder auch vielleicht das Ganze an der Universität hören wollt, wobei ich natürlich fast eine Universität bin, dann einfach mal unten auf die Links in der Beschreibung klicken und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. So, jetzt wollen wir heute natürlich mal ein bisschen mehr noch machen und zwar wollen wir unser Netz noch ein kleines bisschen verbessern. Wir haben ja gesehen, dass es vielleicht nicht ganz so optimal ist, aber wie ich schon gesagt habe, die Optimierung von diesem Netz, das ist ganz allein eure Sache. Also wir sehen hier unter den Trainings Results, dass wir einfach vielleicht auch hätten länger trainieren müssen, um dann vielleicht auch bessere Ergebnisse zu bekommen und vielleicht noch ein bisschen hier das Modell, naja, vergrößern. Eine Convolution Schicht ist jetzt nicht gerade viel und so weiter und so fort. All diese Tricks, die ihr schon kennt aus meinen bisherigen Tutorials, also bitte auch die anderen übrigens angucken. Was ich allerdings noch nicht gezeigt habe, ist, wie ihr hier vielleicht noch ein kleines bisschen mehr machen könnt und zwar, wie ihr das Ganze kombiniert. Das heißt, ihr könnt auch LSTMs verwenden und Convolutions verwenden. Das ist sehr, sehr geil und ich wünsche euch ganz viel Spaß damit, denn das werden wir jetzt machen. Und dann könnt ihr natürlich auch da wieder mehr optimieren und so weiter und so fort und ich hoffe, dass der ein oder andere von euch mir dann ganz tolle neue Ergebnisse schickt und dann auch eine Curiosity hat, die besser ist als meine aktuell gerade. So, wir müssen jetzt eine Kleinigkeit hier ändern und zwar dieses Global Max Pooling, ja. Da bin ich letztes Mal nicht komplett drauf eingegangen. Ich will euch heute erklären, was das genau tut, damit ihr denkt, dass das alles so geplant war. Nein, es war natürlich alles so geplant, aber egal. Genau. Und zwar dieses Global Max Pooling. Was das tut, ist im Endeffekt, ihr bekommt hier einen Vektor rein, beziehungsweise ihr bekommt 250 Vektoren rein, also 250 mal eine Zahl oder 250 mal 24 Zahlen, ja. Ihr bekommt quasi jedes Mal 24 Zahlen rein und das 250 mal. Und jede dieser 24 Zahlen wird dann angeguckt von diesem Global Max Pooling und dann wird gesagt, hey, von diesen 24 Zahlen ist diese am größten, also nehmen wir die. Und beim nächsten Vektor, also das machen wir ganz 250 mal, das heißt, beim ersten Mal guckt man sich 24 Zahlen an, 24, weil hier 24 übrigens steht, sieht man, ah, okay, das ist offensichtlich gerade die größte Zahl, also nehmen wir die. Dann geht der nächste weiter, ah, okay, das ist von diesen 24 Zahlen die größte, die geben wir weiter und so weiter und so fort. Und am Ende bekommen wir natürlich nur die 250 größten Werte aus dieser Convolution Schicht hier raus, ja. Das ist quasi das Global Max Pooling und das wollen wir jetzt nicht mehr haben. Das wollten wir haben, damit wir hier tatsächlich nur noch eine Dimension am Ende haben, aber wir wollen jetzt natürlich mehr als nur eine Dimension haben. Wir wollen nämlich jetzt wieder recurrente Netze verwenden. Wir brauchen aber trotzdem nach einer Convolution immer auch ein Pooling Layer. Das macht ansonsten, normalerweise braucht man es immer, sagen wir es so. Und was wir stattdessen verwenden, ist, wir benutzen hier ein Max Pooling 1D, ja. Das heißt, wir benutzen nicht noch mehr Dimensionen oder sowas und wir reduzieren nicht die Dimension um 1, also ein Global Pooling reduziert immer eine Dimension um 1. Das tut unser Max Pooling hier nicht. Wir sehen, hier vorne sind dann nur noch 12, 250 da und aus diesen 12 können wir jetzt hier immer noch alles machen, was wir wollen. Und genau das werden wir jetzt auch tun, und zwar indem wir hier wieder unter die Recurrent Layers gehen und uns einen LSTM Layer hier reinziehen. So, und jetzt haben wir wieder die Möglichkeit, nämlich hier aus diesen 12, 250, also 12 mal 250 Vektoren oder 250 mal 12 Vektoren, je nachdem wie ihr seht, im Endeffekt ist eine Matrix, können wir hier jetzt natürlich auch wieder LSTMs machen, ja. Und diese LSTMs, die kommen hier raus und die können wir dann wieder hier verbinden. Jetzt haben wir natürlich hier Fehler, denn ein LSTM hat natürlich ein paar mehr Output Dimensions, also zu viele Dimensionen, als dass wir hier irgendwas machen könnten. Ich will das trotzdem ein bisschen hier nach unten ziehen, bitte. Danke. Das heißt, wir können das LSTM hier nicht direkt hier reinpacken, weil, naja, weil man da eben seine Dimension angeben muss. Das heißt, wir sagen hier bei den Output Dimensions, lass uns einfach mal hier 250 Output Dimensions auch machen und jetzt sehen wir hier, aha, wir haben offensichtlich gerade ein LSTM verwendet, um diese Dimension hier zu reduzieren. Aber ein LSTM ist eben auch gleichzeitig Recurrent, das heißt ein Recurrent Layer. Und ja, das ist ziemlich cool. Das heißt, jetzt haben wir noch eine weitere Art und Weise kennengelernt, wie man diese Dimensionen hier reduzieren kann und gleichzeitig Convolution und LSTMs verwenden kann. LSTMs, wie gesagt, für wiederkehrende Daten, sowas wie Text oder sowas, definitiv keine schlechte Idee. Convolution ist aber auch tatsächlich eine gute Idee und deswegen, warum nicht einfach beides verwenden? So, wir gehen hier wieder her und lassen das ganze Ding mal trainieren. Mal gucken, was wir jetzt für Ergebnisse haben und natürlich pausiere ich euch wieder währenddessen, weil, wie gesagt, das Training, wenn man es einmal gesehen hat, ist eigentlich nur noch Kaffeepause und genau das werde ich jetzt auch tun. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Was können wir sehen? Nun, wir sehen erstmal, dass es hier ein schönes Zickzack ist. Dieses Muster hat nicht unbedingt das zu tun oder was mit dem zu tun, was wir eigentlich haben wollten. Was wir hier drüben aber sehen, ist, dass wir hier eine ähnliche Kurve haben, wenn wir mal diese ganzen Spikes hier rausrechnen, dass wir hier wieder etwas zurückgehen, zurückgehen, zurückgehen. Allerdings gehen wir dann hier immer mal wieder ein bisschen hoch, wieder runter und so weiter und so fort. Das heißt, es konvergiert noch ein bisschen langsamer. Falls es überhaupt konvergiert, das kann ich leider nicht richtig erkennen hier. Aber ich würde sagen, es konvergiert sehr langsam und es hat eine höhere Genauigkeit. Definitiv eine höhere Genauigkeit. Wir sind hier zumindest... Nein, ich habe gelogen. Keine höhere Genauigkeit. Wir haben sogar eigentlich eine geringere Genauigkeit. Das sehen wir hier an, weil hier hinten einfach dieses Ding auf 0,0024 ist und da oben war es bei 0,0039. Das heißt, in dem Fall hat das LSTM nichts dazu beigetragen, dass das Modell besser trainiert. Das liegt natürlich jetzt auch an meiner furchtbar unoptimierten Art und Weise, wie ich dieses LSTM hier verwendet habe. Das heißt, wir können hier definitiv noch viel, viel mehr machen, indem wir hier zum Beispiel noch deutlich mehr Convolution Layers einbauen. Wir können hier noch dieses LSTM vielleicht anders klassifizieren oder kategorisieren hier, indem wir hier vielleicht auch noch ein bisschen Dropout Rate reinbauen, dafür diesen Dropout hier unten rausschmeißen zum Beispiel. Dann können wir hier vielleicht eine innere... Wobei, nee, das brauchen wir nicht machen. Aber ja, also solche Dinge kann man hier definitiv noch optimieren. Man kann hier durchaus noch mehr Convolution Layers einbauen. Man kann hier hinten noch mit den Dance Layers ein bisschen rumspielen und das wäre dann eure Aufgabe. Schickt mir wieder mal eure Ergebnisse. Ich freue mich darauf und natürlich werden die Kommentare wieder mit Herzchen markiert. Das kennt ihr schon. Und ja, das war es erstmal wieder von meiner Seite. Hier nochmal der kleine Aufruf. Schaut bei der Fresenius Hochschule vorbei, um dann vielleicht noch ein kleines bisschen mehr über die Studiengänge dort zu erfahren. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.